Oh, hallo! Live zugeschaltet, live zugeschaltet. Und wir sind zurück in der OSL und machen uns jetzt an die Gruppe E... wie Emil. Und welche zwei Spieler haben wir denn hier, Sven? Bitte? E wie Emil. E wie Emil und die Detektive. Fällt mir jetzt dazu spontan ein, um mal ein ganz blöden Wort Dingens zu bringen. Okay, gut. Ja, wir haben Miracle, das ist der tolle Nachwuchsspieler, ein Terraner gegen Haivar. Nicht zu verwechseln mit Haia. Haia ist ja ein Terraner-Spieler und Haivar ist ein Zerg-Spieler. Okay. Das war viel Info, Sven. Danke. Ja, ich... Haivar war übrigens der ohne Brille links, auf der linken Seite. Das hatten wir noch mit drauf, ne? Ja, das hatten wir noch mit drauf. Okay. Ist, äh, auch ein sehr erfahrener 2v2-Spieler. Und, ähm... Gegen Terraner so mittelmäßig gut. Okay. Und gegen Miracle kein besonders erfahrener, äh, ja, Duell-Spieler ist. Hat da bislang sehr wenige Spiele hinter sich. Ist schon älter. Ich nehme mal an, dass er bei Samsung K&P vorwiegend dann für 2v2s oder so geplant war. Auf jeden Fall eher einer von den Backup-Spielern ist. Der ist irgendwie geschafft hat, jetzt durch diese ganzen Preliminaries, äh, hier in diese Gruppe zu rutschen. Derjenige von beiden, der diese Konfrontation für sich entscheiden sollte, äh, wird auf jeden Fall gegen Huashin spielen. Das jetzt schon mal als Vorab-Info für diejenigen, die bei Team Liquid noch nicht nachgelesen haben, äh, wer sonst noch in dieser Gruppe ist. Ist das übrigens ein Five-Pool, falls du es noch nicht gesehen haben solltest? Oder Vor-Pool? Doch, habe ich. Aber ich wollte jetzt nicht losbrüllen. Ah, Vor-Pool! Five-Pool. Auf jeden Fall ein schneller Pool. Der schnellste Pool, den es gibt. Von Haiva. Unglaublich. Was natürlich ziemlich greist, ist gleich im ersten Spiel. Schon irgendwie. Und, ähm, Miracle wird deutliche Probleme haben, da irgendwas gegen zu machen, weil wir, wie wir sehen, hat er da eher einen Standardbau jetzt, äh, gestartet. Auf der anderen Seite verabrikadiert er aber seine Main insofern, äh, ich meine, wenn er noch rechtzeitig Marine rausdrückt und, äh, den hinter dem, äh, hinter dem. Ja, aber er bereitet sich auf ein Tag-Bild vor, das heißt, er hat schon mal, äh, hunderten Reihen verschwendet für die Refinery. Das bedeutet, die werden ihm fehlen. Und, ähm, derweil produziert Haiva natürlich jede Menge Zircling. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt acht unterwegs und zwei weitere sind in Produktion. Auf jeden Fall nehme ich an, dass es auch Zirklinge sind. Denn er wird jetzt hier mit allem reingehen, was er hat. Oh, die Kaserne ist auch... Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass... Nein, nicht! Oh Gott, nein! Aber die Drohne ist durchgekommen und die Zirklinge kommen natürlich auch vorbei. Nein, alles ist verloren. Ja gut, das war's dann wohl. Falls jetzt nicht die Miracle noch eine mirakulöse Micro mit seinen CVs hinbekommt, aber die Drohne blockiert, ist natürlich wunderbar. Oh, das ist schön. Ja, nein, Hilfe, oh Gott, nein. Das war's. Ja, hm. Ja, das war's dann wohl. Wie, er ist angepisst, ne? Er ist angepisst. Der Bunker ist tatsächlich, äh, fertiggestellt worden. Und das bringt natürlich nichts, wenn keine Marines da sind, die rein können. Genau. Die Zirklinge der ersten Welle sind alle tot, allerdings, wie gesagt, ich hab ja schon prophezeit, es werden weitere produziert, sonst macht dieser Rush natürlich keinen Sinn. Und da ist das GG. Das ging schnell. Ich fand ein geiles Spiel. Das Beste, was wir je kommentiert haben. Woo! Halberatmet auf, ja. Schön, dass du das Handgelenk bist. Ich bin mir ziemlich... Ich hätte... Bei mir auf jeden Fall immer so. Super. Das hatten wir jetzt, äh, den letzten Satz haben wir jetzt nicht verstanden. Da hat's, ja. Wenn du vielleicht nochmal kurz... Ich hab eigentlich nur gesagt, es ist bei mir auch immer so, dass ich dann, dann mit der Maus richtig, ne? Dann sieht man so meine Fingerabdrücke vermutlich danach, noch kurze Zeit im Plastik. Okay. Wenn so eine riskante Strategie ist, du, ich sage, Strategie... Dann, äh, schauen wir gleich in den zweiten Satz und hoffen, dass der ein bisschen länger dauert. Bis gleich. Bis gleich. Ich mach mit. Konnikiwamina-san, willkommen zurück. In der Gruppe E der OSL 2009 in der Runde der 36. Zen ist auch wieder da und wir sind im zweiten Satz von Miracle gegen Haiva, der nicht mit Haia zu hölzeln ist, wie wir gerade vorhin schon mal festgestellt haben. Und wie steht es denn gerade, Zen? Erzählt es uns. Miracle wurde total von Haiva gefickt. Mit einem Farrgut. Ich hoffe, unser Video wird nicht zensiert, Zen. Aber trotzdem, danke für diese überaus realistische Darstellung vom letzten Spiel. Genau so war es Zen. Ein unglaublicher 4 oder 5-Kanal. Für alle, die gerade eben ausgemacht haben aus Versehen, weil sie total geschockt werden, er wurde gepiept von Haiva. Können wir nachher ja nochmal irgendwie editieren. Egal, auf jeden Fall. Richtig, ein 4 oder 5-Pool hat Miracle ziemlich schnell das Leben beendet. Und jetzt wird das nicht rechnen auf der Karte Outsider. Die erste Karte im ersten Satz hatten wir natürlich immer als Holy World, haben wir natürlich nicht gesagt. Aber es war schon so, dass eigentlich jedem klar sein. Es sind ja immer dieselben drei Karten. Jetzt sind wir wieder auf Outsider, auf der 3-Spieler-Aschenwelt-Karte. Oh Gott, wie oft werde ich das noch sagen im Laufe dieser OSL. Und wir haben... Können Sie doch jetzt verschweigen. Wir haben den Zerk Haiva in der rechten oberen Ecke in orange und den Zerk Haiva rechts unten in grün. Und was hast du gerade gesagt denn? Ich habe gerade gesagt, wir können es ab sofort ja einfach verschweigen. Nee, das war ja langweilig. Ich muss mich ja drüber aufregen, was wir jetzt immer wieder sagen müssen. Okay, ähm... Also, Haiva offensichtlich nicht mit einem 5-Pool. Oh mein Gott! Wäre aber auch zugegreift. Obwohl, ich würde ihn dafür lieben. Diesmal war das eben... Das war ein Versorgungsdepot, oder? Das ist ein Versorgungsdepot. War ein Versorgungsdepot, sonst hätte er sicherlich das Versorgungsdepot schon angefangen, wenn es jetzt eine frühe Kaserne gewesen sein sollte. Stimmt, kommt gleich einer aus dem Wohnheim rein und steckt mich zusammen, weil ich viel zu laut bin. Aber das ist mir egal. Das hat sich wenigstens gelohnt. Solange du den Computer anlässt beim zusammengeschlagen werden, kann ich auch gerne weiterkommentieren alleine. Genau. Und dann hört man es am besten noch über das Mikro, weil das auch noch an ist und dann... Also, das Overpoolen ganz einfacher von Haiva diesmal. Wie viele SUVs hat er? Zehn wahrscheinlich, ne? So zehn... Ten Barracks. Das kann ein Counting Station sein, was wir wissen. Relativ später Scout von Seiten Miracles, der allerdings in die richtige Richtung läuft. Wie wir natürlich sehen. Klar, haha. Und er wird natürlich jetzt wissen wollen, was Haiva jetzt plant. Denn ich bin mir sicher, dass er irgendwas Gemeines von ihm erwartet. Mhm. Ja, die Natural wird genommen von Haiva und gleich gesehen. Ja gut, aber ich meine, wollen soll auch sonst gehen. Gibt natürlich Möglichkeiten, aber da lohnt es sich am ehesten. Achso. Für einen Moment habe ich gedacht, das wäre das zweite Subteil, die Buf vor der Kaserne, aber das wäre ein bisschen seltsam gewesen. Das wäre auch ziemlich riskant gewesen jetzt von Miracle. Zumal er vermutlich damit rechnet, dass Haiva irgendwie was... äh, was Interessantes unternimmt. Die Observer-Weisung ist gerade darauf hin übrigens, dass der Zerg noch kein... kein Gas hat. Ja, äh, Miracle ja auch nicht. Miracle hat ja auch noch kein Gas. Das heißt, er wird vermutlich... um vielleicht einen schnellen Sieg einzufahren. Wobei... Mhm. Drei Hatcheries für Haiva... Oh mein Gott. Ähm, das könnte irgendeine Massenattacke bedeuten. Und zwar, ich tippe jetzt erstmal auf den Terralisken. Ja, weil er ja keinen Gas hat. Ähm, aber allerdings massenhaft Zerglinge wäre jetzt auch irgendwie komisch. Eben. Das ist auch beides ein bisschen seltsam. Und er wird nicht auf Massenhydralisken gehen, weil das gegen Terraner ist eine ziemlich bescheuerte Idee. Deshalb nehme ich... Ah, guck mal, da kriegt er auch sein Gas. Ich nehme an, er wollte einfach spätes Gas haben vielleicht, damit er, ähm, noch eine weitere Hatchery hochziehen kann. Was interessant wäre, weil er dann zwölften Unterlisten auf Einwand hätte und natürlich auch den, ähm, also auch diesen Magic Marine Block, den vermutlich Miracle bis dahin hochgezogen haben wird, äh, was Gutes entgegenzusetzen hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, bis jetzt. Also Miracle passt gerade schon gut auf, dass er es da jedenfalls nicht mitbekommen, was in seiner Basis los ist. Allerdings verpasste er auch nicht viel, äh, okay, die Akademie. Gut. Und noch eine zweite Kaserne, das sind also offensichtlich doch nochmal Magic Marines. Nichts weiter Spannendes, Haiva baut auch gerade schon die erste Sunken in seiner Natural. Ich weiß, so voraussicht, und der Leer ist schon unterwegs. Das heißt, Inspire und so weiter, werden wir alles gleich sehen. Ähm, insofern, äh, send sehr gut in, deiner Voraussicht wieder. Unglaublich. Es könnte genauso kommen, wie du sagst. Und wie ist das so, heute, die, äh, die Mineral Only genommen. Das ist natürlich, ja. Nee, ich meine, er braucht nicht so viel Gas, wenn er auf M&M geht. Und Miracle, nachdem er gesehen hat, was Haiva macht, wird, denke ich mal, relativ bald pushen. Mit einer relativ, also, ich meine, er hat eigentlich wenig Kasernen, aber er wird relativ schnell pushen, nehme ich mal an. Und, ähm, sehr spät in eine Fabrik bauen erst. Deshalb braucht er vermutlich erstmal zu, äh, das ist jetzt gehen. Das wäre eine intelligente Wahl, um dann, äh, halt mit vielen Minen und natürlich auch, äh, diesen kräftigen Granatenschüssen die Zerklinge zu zerlegen. Weil er nicht damit rechnet, dass er jetzt in den Nustern gekommen ist. Weil halt Haiva zu dem Zeitpunkt, zu dem er gekommen, also zu dem er gestroutet hat, noch gar nichts hatte. Vier, ne? Vier Sunkens in weißer, also, jetzt soll ich schon wieder weiße Voraussicht sagen. Vier Sunkens in Anbetracht der Gefahr allerdings durchaus, äh, nee, d. Zumal zwei Firebats dabei waren, äh, ein paar Madics und vier Inframarines. Wobei, ein Madic, also, das sind noch ein paar, oder? Nee, nix, man hat nur. Nein, das hat sich noch ein Madic, dafür aber wie gesagt, zwei, äh, Firebats. Auf der anderen Seite, mit Vier Sunkens, ist natürlich die Überlebenschance jetzt für den Zerk gar nicht schlecht. Und das Bayer ist auch schon unterwegs, deswegen wird sich Madic schon was einfallen lassen müssen. Haiva jetzt übrigens mit zwei Extraktoren, das heißt, er hat einfach den Extraktor später gesetzt, weil er sich leisten konnte. Und, äh, bis das Bayer eben hoch sein würde, auf jeden Fall genug Gas haben würde, um, äh, neun Vitalisken herzustellen. Er hat nicht, wie ich vermutet habe, noch eine weitere Brutstätte gebaut. Was mich gerade so geht, ist, was mich gerade so geht, ist, was mich gerade so geht. Aber, äh, ja, ja, er hat eine Drohne durch, genau, um da eine weitere Spankchen hochzuziehen. Was mich gerade so geht, ist, was mich gerade so geht, ist, das ist ein bisschen zu spät für die, für die, für die, für die, für die, für die. Entschuldige. Nö, jetzt redest du weiter, jetzt bin ich beleidigt. Ja, wir haben die Fabrik gesehen, wie, äh, vermutet. Jetzt ist die Frage, ob er tatsächlich schnell seine Adler baut oder seine Valkers oder ob er vielleicht sogar auf Luft geht, weil er gesehen hat, dass es im Moment zumindest keine Lufteinheiten oder Anti-Air-Einheiten von Seiten von Haiva gibt. Es ist ja für den Terraner auf jeden Fall angeraten, ein oder zwei Raids zu bauen, abgesehen davon ist es natürlich auch ein Dropship ganz praktisch, um hinter diesen Zanken, er hat jetzt gesehen, dass vier stationäre Verteidigungseinheiten vor der Nashua sind, das bedeutet, dass in der Main natürlich nicht so viel sein kann, weil es ihm einfach nicht lohnt. Wir sehen jetzt hier auch die Hydraliskenhöhle, es ist jetzt die Frage, ob Miracle tatsächlich gesehen hat, dass in der Expansion das Spire steht. Wenn er das nicht gesehen hat, dann würde er sich jetzt natürlich eher auf Hydralisken einstellen, obwohl es uns bewundern sollte, dass das natürlich sehr spät kommt. Panzer! Oh, und einige Zerklinge sind tatsächlich reingekommen, haben vermutlich zumindest einen groben Überblick, ja, sie, genau, sie werden jetzt hier eben die Expansion untersuchen, sind jetzt natürlich beide tot, aber er wollen natürlich gute Angriffspunkte herausfinden. Und ich nehme an, dass er den Spire gesehen hat, sonst hätte er sicherlich nicht so viele Raketen-Türo bezogen. Hm, ein Evo-Chamber für Haibar, das ist sehr interessant. Hm, und vielleicht... Hm. Vielleicht sehen wir auch einen schnellen Tag zum Schwarmstock und dann dementsprechend Kraplings. Das wäre wirklich gut. Möglicherweise unterstützt von Verkirzern, aber was sehen wir dann? Also, ich meine, sonst haben Kraplings natürlich nicht viel Sinn, also sie müssen natürlich durch einen dunklen Schwarm geschützt werden. Diese Expansion läuft zumindest da unten. Wir haben zwei Expansions da, oder? Ich kann's auf dem Minimap nicht so ganz genau erkennen. Haibar hat noch zwei Expansions links, ja. Nein, nur? Ja, gut. Derweil mit drei Mutalisten nur. Äh, ein kleiner Harass. Vermutlich einfach, um möglicherweise heranzuern zu erinnern. Ich bin doch da. Hallo. Äh, die sind erstaunlich, die sind nur zwei, nee, die sind drei, die sind drei. Und die sind erstaunlich erfolgreich, werden die beachten Miracle gar nicht. Er möchte jetzt mit seiner, äh, gewaltigen Armee, doch schon ziemlich gewaltigen Armee, irgendwer hier Herr auf der Karte ist. Die Frage ist allerdings, ob er da so zuversichtlich sein sollte, weil trotz seiner geringen Metallistenzahl gelingt es halber doch schon die Nachzücker da ganz gut aufzuhalten. Und nein, nein, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Ein Panzer mitten im Transit abgeschossen. Ein abgeschossen von Sackl. Zerlegt von Sackl. Und Lurker. Ja. Uh, ein bisschen sehr beieinander, aber es scheint kein Belagerungsmodus übrig zu sein. Allerdings glaube ich, dass er auch Panzer unter anderem für den Lurker mitgenommen hat. Ich meine, natürlich für den Sankens, aber dann auch für die Lurker, denke ich mal. Und auch Belagerungsmodus. Also, dass man vielleicht gebrauchen könnte, wären tatsächlich noch ein paar Waves, weil die Metallisten dann halt jetzt schon ziemlich nerven könnten. Und so einfach wird die Zerkab, er ist nicht zu durchbrechend sein. Und vor allem, wenn man die Panzer so ungeschüßt da vorne lässt. Oh Gott, nein. Einer ist noch da, aber, oh Gott. Ja, also die Panzer sind von Heimern. Die Panzer sind bei dieser Art, die sind natürlich sehr wichtig, wenn die Panzer wechseln können, sowieso gleich vergessen. Ähm, ja. Also im Moment sieht man gar nicht mal so schlecht aus wie ihn, nicht so schlecht, wie es mir vorgestellt hat. Das ist jetzt auch endlich die Design Society, der jetzt auch gegen die Lurker, aber auch gegen alles kommende gebrauchen kann und unter Umständen gegen Metallisten. Äh, den einen Panzer, den er noch hat, verteidigt im Moment jetzt doch wieder ziemlich gut und die Sankens fallen einer nach der anderen, allerdings produziert Heimert gerade auch ohne Ende. Ähm, weiterhin auch Lurker und ein paar, ähm, ich weiß nicht, ich frage mich die ganze Zeit, ob er die Mutualisten gerade sind. Oder ob er sich jetzt gar nicht mehr für Mutualisten interessiert. In dem Fall sollte man ja echt auch auf die Panzer aufpassen. Ich meine, die fallen jetzt einfach so mit dem Ready-Find tatsächlich einfach in Richtung Natural. Allerdings, ja, wie wir gerade gesehen haben, werden die natürlich ganz einfach unterwegs abgegriffen. Äh, oh, endlich da, da ist der, okay, da ist der, okay, da ist der, die Pfeiler, links, äh, die Pfeiler-Mount. Und, ähm, ja, sobald es dann Dark Swarm gibt, wird natürlich auch der Angriff vom Terran ziemlich schnell dahin sein, weil sobald mal ein, zwei dunkle Färme über die Angriffsmannschaft gelegt sind, äh, ist es natürlich mal dahin und, äh, vor allem mit, vor allem mit, äh, gesiegten Panzern dann natürlich entsprechend belöt, weil sie dann natürlich praktisch nicht wegrennen. Und, äh, jetzt muss ich, äh, halber allerdings tatsächlich beeilen, ist in der Natural, es sieht so aus, als wir die Hedgie gleich sterben. Ähm, und oh Gott, ah, das Wopship, nein, ist jetzt natürlich erwischt. Und, äh, da hat jetzt Michael nicht drauf geachtet, allerdings ist er jetzt natürlich mehr der Natural schon gut beschäftigt. Ja, äh, die Natural ist tatsächlich dauernd, dass Pfeiler ist mitgefressen. Und es sieht so aus, als würde der Terranische Ball sich tatsächlich in die Main, äh, wälzen und, äh, Wo bleibt das? Wow. Sieht. Gut. Das? Ja. Ähm, wow. Gut. Das war dann wohl das 1 zu 1. Gigi von, äh, Haiva offensichtlich. Ne? Ja, verständlich. Ich meine, ähm, er hat mich nicht auf die Mutalisten versteift, er hat dann irgendwie nachher Lurker produziert. Ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass er nicht wirklich einen Plan hatte. Und Rölfe hat auf jeden Fall einen Plan. Also, äh, also er hat diesen Tepfelschmitten drin gemacht und das ist als Zerg eigentlich nicht gut, gerade wenn man die Oberhand hat und, ähm, der andere nicht wirklich beschädigt worden ist. und das ist also nicht wirklich behindert worden ist. Voll besonders, wenn es ein Terraner ist. Ich meine, Terraner muss man aufhalten, muss man klein halten, damit sie halt eben dann nicht später im Spiel mit einer Panzerarmee mal kurz vorbeikommen und anklopfen. Ja. Mirkole hat auf jeden Fall den Plan gehabt und hat ihn durchgezogen. Sauber gemacht. Gut. Er fällt allerdings deutlich, dass diese beiden Spieler eben nicht die Klasse von guten Spielern haben, also von den richtig guten Spielern haben. Besser als wir sind sie natürlich allemal. Bevor jetzt irgendjemand sagt, so, beurelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.llll Ja, mach's doch selber! Mach's doch selber! Gut. Dann sehen wir uns, denke ich, beim nächsten Spiel. Miracle oder Haiba, wer wird die Ehre haben, gegen Huashin spielen zu können? Wir sind gespannt. Wir werden's sehen. Bis gleich. Ciao. Ciao. Konnichiwa Minasan, willkommen zurück bei Mejoke gegen Haiba in der Gruppe 36, in der Gruppe E. Wir sind im dritten Satz, bei, äh, auf der Karte Return of the King. Und FDns, äh, natürlich 1-1. Wie soll's sonst gehen im dritten Satz? Weil es ist ja einfach so gut. Und Sen ist auch wieder da, natürlich. Hallo Sen. Hallo. Hallo. Gut, und wir sehen auf der linken Seite Haiba und auf der weg Mejoke. Und beide, äh, entspannen sich gerade und, äh, spielen wahrscheinlich gerade noch ein bisschen Mindsweeper. Äh, was ich natürlich auch machen würde vor dem Spiel. Das mache ich aber jetzt vor dem Battlenet-Spiel. Noch Mindsweeper-Spielen. Dann hat keiner da. Nimm mich aber auch auf dann, so. Am besten mit Kommentar, Mindsweeper-Kommentar. Ja, und jetzt klicke ich da links oben, weil, äh, laut, äh, laut, äh, meinen langjährigen Untersuchenden weiß ich, dass da die Wahrscheinlichkeit wäre. Naja, auf jeden Fall. Kennst du diesen Film-Trailer für den Mindsweeper-Film auf YouTube? Hab ich, glaub ich, mal gesehen, ja. Der ist geil. Den. Den sollten sie mal machen. Das ist so super. Okay. Verlinkt den mal rechts. Verlinkt den. Verlinkt den. Damit auch alle wissen, wovon wir sprechen. Wir sind auf Return of the King. Links unten ist Haiba. Links oben ist Mejoke, beide wieder auf der Seite der Karte. Und, ähm, Mejoke in orange, Haiba in rot. Äh, nach der Farbentheorie, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, das überlassen wir dann doch den anderen Kommentatoren, das herauszufinden. Was das alles bedeutet. Ähm, mal sehen, ob diesmal geteased wird. Äh, der erste Satz mit einem Tease begonnen. Der zweite Satz relativ normal. Jetzt im dritten. Ja, beide eigentlich ein zu großer Kritiker. Also wahrscheinlich eher kein Tease. Und, äh, beide wollen natürlich weiterkommen. Und mal schauen, wie lang sie dieses Spiel hinbekommen. Und das ist mal ein ziemlich cooler Typ, eine Sonnenbrille. Und, ähm, irgendwas seltsamer auf dem Schild. Gut, ähm, wir sehen auf jeden Fall keinen Fight Pool. Wir sehen auch noch keinen, äh, frühen SUV, der rausgeht. Alles in bester Ordnung. Was ein bisschen seltsam ist, ist, dass eine Drohne schon früh zum Scouten rausgeht. So als würde Haiba doch irgendwas, äh, im Schilde führen, wenn es auch kein früher Rush ist. Aber er lässt sich auch jetzt gerade in den Spawning viel Zeit. Insofern wird er es da doch langsam aufbauen. Äh, hier bei Miracle natürlich Standard. Das ist eine schnelle Expansion. Vielleicht sehen wir eine schnelle Expansion. Das wäre schon eine Idee. Schon eine Möglichkeit, äh, Haiba hat jetzt Miracle auf jeden Fall gefunden in der Drohne. Ja, wir sehen eine schnelle Expansion. Ähm, wahrscheinlich wollte er nur schauen, ob er, ob, äh, ob Miracle sowas wie... ... schnelle zweifache Kaserne oder Proxy-Kaserne oder was weiß ich irgendwas macht. Und jetzt, wo er sieht, dass im Moment nichts wirklich gefährliches von Miracle unterwegs ist, äh, fragt er sich, okay, ich kann's viel leisten. Ich setze die zweite Hedgeheel sofort. Und, äh, ja, ist natürlich eine valide Überlegung. Äh, die Scouting-Zone, boah, fast tot. Aber noch lebt sie und, ähm, Miracle muss erstmal scouten, bei dem ist... Ach ne, okay, da kommt der SUV an. Ne, dann, ähm, gut, äh, vergess, was ich gerade noch gesagt hab. Ja, wir sehen den Spawning-Pro jetzt mit Gas. Alle beide nach der Expansion. Und, ähm, ja, da dürfen wir mal gespannt sein. Sicherlich wird er, ähm, ich bin ziemlich überzeugt, dass wir Spire und die Zeit nicht so früh kommen. Und, äh, von Miracle... Ah, okay, dahin schonmal auch die Expansion von unserem Serkaner Miracle. Er muss halt wirtschaftlich aufschließen zu... Halber abgesehen davon wird der Zerg jetzt zumindest nicht so schnell mit irgendwelchen Einheiten kommen. Und aus diesem Grunde kann er es natürlich riskieren, jetzt hier eine schnelle Expansion, also eine für einen Tarana relativ schnelle Expansion hochzuziehen. Aber du hast vermutlich recht. frühes Gas bedeutet, dass er sicherlich recht schnell mit, äh, Mutalisten kommen wird. Naja, wobei das schnell jetzt im Moment auch relativ ist, dadurch, dass er noch erstmal eine Expansion setzt hat und, ähm... Interessant. Der Leer ist in seiner Expansion und nicht in seiner Main. Bitte was? Äh, der Leer wird in seiner, äh, bezogen, nicht in seiner Main. Das bedeutet, also vielleicht würde er sich damit vor, äh, Scouting ein bisschen schützen. Also vor, falls hier... Also, Tarana haben ja die Angewohnheit, nachdem sie das erste Mal ein SUV zum Scouts rübergeschickt haben, dann zu scannen. Und dann scannen sie vorwiegend erstmal die Main. Und dort wird Miracle kein Leer sehen, auf jeden Fall jetzt noch nicht. Der SUV ist aber gerade schon vorbeigelaufen. Insofern hat er es garantiert gesehen. Außerdem ist der Leer in der Expansion auch oft einfach nur dazu da, die Expansion weiter zu schützen. Leer hat offensichtlich mehr Hitpoints als eine normale Hatchery. Die dadurch, wenn die Expansion angegriffen werden sollte, hält sie sich ein bisschen mehr aus als ein normaler Hatchery. Ähm, deswegen gerade praktisch, wenn ja Tarana jetzt tatsächlich schon die Natural angreifen sollte, dass dann doch ein bisschen länger die Möglichkeit besteht, die Expansion noch zu fetten. Das ist auch immer so ein Hintergedanke von dem Leer in der Natural. Insofern muss es jetzt nicht unbedingt viel mit so Verwirrspiel oder so was zu tun zu haben. Wobei das natürlich viele zu erfahren hat. Bestimmt gerne machen. Auf jeden Fall sollte Miracle jetzt auf seine eigenen SUVs in der Expansion aufpassen. Ein paar Zerklinge von Hybar unterwegs und wir sehen wieder Matic und Firebat in der Marinegruppe von Miracle sehr schön gemacht. Okay, und da ist jetzt auch der Spy auch wieder in der Natural. Gut, und die Zerklinge ist eher so zwar Ablenkung und mal schauen, ob er Miracle vom Ausziehen abbringen kann. Allerdings läuft da jetzt tatsächlich schon eine kleine Tarana Gruppe in Richtung Natural. Und wie gesagt, vielleicht zahlt es sich tatsächlich aus, als er dann Lärchen gesetzt hat. Ähm, ja. Oh, oh, da ist die Gruppe schon da und nur eine einzige Sankung. Das ist natürlich nicht so gut, aber ein kleiner Surroundman in Zerkling. Und da ist die Zerklinge auch schon hin, das ging schnell. Ähm, nicht sehr gut. Sag mal kurz, hier, Yugi, über welcher Minute bist du nun? Sieben. 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 Ah, voll. Äh, umel. Ach man, Zen. Was war, das passt schon. 21, 22, 23, 24, 25. Ja, ich gleich gleich an, das passt schon. Okay. Auf jeden Fall, dann mache ich weiter. Ähm, Mökel, natürlich mit dem Bunker jetzt, äh, in der Insider Natural. Eine sehr fünftige Idee, die da, äh, halber nicht so aussieht, als würde er seinen Harass weglassen. Und jetzt sind auch die Metallisten da und nur eine einzige, nur ein einziger Kind von der Natural. Da muss das Mökel natürlich auch nachziehen und dabei auch schon eine Expansion. Am anderen Ende der Cut von Haibar natürlich sehr vernünftig. Da der Zerfano Mökel jetzt, äh, vorerst mal, äh, mal nicht mehr ausziehen wird. Da er sich jetzt erstmal, äh, gegen die Metallisten verteidigen muss. Und, ähm, ähm, zwar ein zweiter Agentur-Mession Expansion, aber Haibar macht das ganz gut. Mit dem Metallisten Harass, äh, kreift sich dadurch ein paar SUVs ab und jeder SUV zählt. Genauso wie jede Worker, äh, Worker-Einhalt, jede Throne, jede Pro, und so weiter, und so weiter. Der Sonne. Oh, Gott. Der Zerfano Mökel. Der Zerfano Mökel. Äh, er macht jetzt genau das, was er letztes Mal hätte eigentlich auch machen müssen. Das war die erste D-Count halt niedrig halten, damit Miracle halt gar nicht erst hochkommen kann. Also, er kann nicht jetzt auftecken, oder zumindest nicht so hart wie in den letzten Spielen. Und da Haibar eigentlich ganz gut spielt, äh, sollte er dann diesmal in der Lage sein eigentlich zu gewinnen, falls er sich nur irgendwie so ein Schnitzer leistet. Denn, also wie wir sehen hier, Miracle kommt der Rest nicht wirklich nicht klar. Oh mein Gott, ein Queens Nest. Oh, das, äh, könnte jetzt natürlich schon für schnell die Weile ersorgen. Könnte auch nur für den Schwarmstock benutzt werden. Das ist interessant. Ähm, gut. Und was macht denn diese zwei Gruppen reinstall? Das hat ja mal gar nichts funktioniert. Aber jetzt... Oh, oh, nur noch... Okay. Was war's dann mit dem Mökel? Ist nur soweit. Aber er hat schon für ganz schön Schaden gesorgt. Und da kommen auch noch ein paar, okay. Das, ähm... Und da ist jetzt tatsächlich Schwarmstock angesagt. Unglaublich. Gut, und, ähm, Haibar jetzt nicht, äh, Quatsch, Miracle. Miracle ist wieder, ähm, rache Gedanken. Das kann man wieder nicht auf sich sitzen lassen. Reicht verständlich. Und, äh, Haibar sollte da doch ein bisschen besser auf seine, ähm, Mütteristen aufpassen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob... Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die kosten immer in 100 Hunden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Mökel die Expansion nach rechts unter der Ecke gesehen hat. Erst mit einer Fabrik, das ist natürlich auch interessant, ein bisschen spät. Und, äh, und Matic und so den SUVs. Hat gerade ein bisschen die SUVs geheilt, das war natürlich schön anzusehen. Und, äh, die Mütteristen wieder im Müllgegriff. Müllgegriff der, ähm, Madics. Äh, pfff, Marines. Aaaaah. Ja. Äh, Haibar offensichtlich darauf bedacht, äh, doch den Push mehr oder minder von Miracle so lange aufzuhalten wie möglich. Bis jetzt macht das auch ganz gut, äh, die Marines nicht so schnell wie sie sein könnten. Und, äh, derweil wird er natürlich genug Verteidigung aufbauen. Ist ja natürlich, damit jetzt dieser kleine Push nicht so einfach verstanden gehen kann. Und, oh, ein doppeltes Starport von Miracle. Das heißt dann wohl gleich ein kleiner Switch und, ähm, ja wer weiß. Vielleicht sehen wir dann sogar Waiküren, äh, gegen die Mütteristen. Und, ähm, ja, jetzt ist er mit der, ähm, jetzt ist Miracle mit dieser kleinen Gruppe von Magic Marines vor der Natural, ähm. Allerdings macht er Cyber Visiting gut mit dem, ähm. Es sind im Moment auch schon ziemlich viele. Und, äh, ja, Miracle, wow, ähm. Er verliert echt zu viele Marines und produziert aber natürlich genug nach. Ob das noch reicht, ist die andere Frage. Inwiefern, falls du eben gesehen hast, Haibar auch den, äh, sehr angeschlagenen Mütterlisten ausgetauscht gegen einen frischen. Also er kämpft dann nochmal so etwas, was natürlich leichter macht sie zu steuern. Und, ähm, das beweist, also, das zeigt eigentlich nur mal mehr, dass er eigentlich diese Mütterlisten nur dafür verwenden wollte, halt diese Magic- und Marine-Truppe aufzuhalten. Dass er jetzt tatsächlich diesen Angriff zerstören hat, ist sicherlich einfach nur ein angenehmes Produkt. Ja, das, äh, jetzt nicht so gut gelaufen für Haibar. Miracle entdeckt die X-Menchen recht unter der Ecke und geht natürlich gleich auf die Hatchery, wie es jeder, äh, Spielergegenzeit am Ende natürlich machen sollte. Allerdings, oh nein, die Hatchery steht, äh, die Mütterlisten retten den Tag. Ja, die Hatchery steht, der Angriff völlig umsonst, und der Hydralistenbau ist oben, wobei natürlich Miracle gesehen haben muss, äh, den Hydralistenbau gesehen haben muss. Der war ja schon im Bau, und, oh, Guardians! Nämlich, oh mein Gott, vor allem, äh, nicht gerade so gut platziert, sie könnte jetzt Miracle mit seiner Gruppe da schon entdecken. Oh, oh je, je. Die Mütterlisten sind nicht gut schützend. Und da sehen wir auch schon den ersten Wave. Töne, als ob man sie auf jeden Fall aufhalten könnte. Nein, okay, das sieht das ja offensichtlich. Waves sind unterwegs und Cloak ist wohl auch schon in, ähm, in Untersuchung. Und das heißt dabei, Miracle ist dann natürlich gegen, ja, gegen Verdeckte Wave dann natürlich nicht so viel drin können. Miracle sind natürlich eigentlich vorwiegend gut gegen Türme und gegen, ähm, Landarmeen. Natürlich. Halt gegen Panzer oder dergleichen. Okay, zwei Raumjäger. Und, ähm, wow, okay. Hi war, ähm, offensichtlich doch sehr auf die Geist bedacht. Und obwohl er weiß, dass Miracle ist weiß, ähm, ist es ihm wohl im Moment ziemlich egal. Aber im Moment hatte auch den Vorteil der Angriff, wie gesagt, auf seine, äh, zweite Expansion absolut viel geschlagen. Oh, das sind fünf, sechs Rays? Und alle mit Cloak und natürlich als erstes auch den, äh, Overlord, das ist natürlich sehr vernünftig. Äh, allerdings jetzt auch, äh, von halber noch ein Overlord in seiner gesamten Luftdruppe. Und, ähm, auf den Overlord, auf den Overlord, auf den Overlord, auf den Overlord, den Overlord. 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 Ah, das tut weh. Overlord, das ist natürlich... Viracle ist verdammt gut mit seinen Rays. Ja, er soll halt nur den Overlord als er töten und nicht irgendwie... Ja, okay, äh, die Mutallisten sind tot, allerdings die Guardians leben noch. Die Guardians leben noch, genau, stimmt schon. Und noch ein paar Mutallisten und, oh, ein Devourer, sehr schön. Wow. Äh, interessante Kombination von Haiva hier. Äh, Guardians, Mutallisten, äh, Overlord zum, zum Wade entdecken. Und ja, da flüchten die SUVs in der Expansion. Das sieht schlecht aus wie Miracle. Die Expansion brennt. Naja, gut, sie ist noch im grünen Bereich, aber es brennt. Hm, ja, Sen, was sagst du? Sieht fast so aus, als würde das Spiel bald zu Ende sein. Ja. 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 Also, ich sag mal, trotz guter Micro von den Raids hat... Also, Miracle hätte, wie du schon gesagt hast, den Overlord abschließen sollen. Dann hätte er nicht so viele Raids verloren und dann hätte er diese Armee locker auseinandergenommen. Aber so jetzt gerade mit dem Devourer, der natürlich die Raids auch sichtbar macht, wenn sie unsichtbar sind, indem er diese komischen Spuren da auf sie spuckt. Ja. Hat er keine Chance, falls er nicht noch irgendwie Panzer oder sowas im Hintergrund hat. Und danach sieht's nicht nur nicht aus, sondern es ist einfach nicht so. Jetzt ist Haiver auch in der Main, äh, jetzt die Katze an uns. Ja, also, an sich wäre das schon GG gewesen, als er seine Raidsplatte da draußen verloren hat. Ja. Okay, jetzt, äh... Also, ich meine, er hat nur Bodentruppen. Gegen die sind die Hydraulisten zwar nicht super gut, aber es sind sehr viele Hydraulisten. Haiver kann furchtbar viele nachproduzieren, auch die SCVs werden die Lage jetzt nicht retten. Und selbst wenn Miracle diesen Angriff zurückschlagen kann, dann hat er viel zu viel verloren, um da irgendwie noch wieder zurückzukommen. Ich meine, Haiver produziert aus drei Paaren. Oh, Leuker-Eier. Leuker-Eier. Konnichiwa, Amina-san, willkommen zurück in der Gruppe E der OSL 136. Wir haben gerade ein spannendes CVT gesehen und mit einem CVT geht es auch weiter. Wir haben jetzt Waschin gegen Haiver, nachdem sich Haiver gegen Miracle durchgesetzt hat. Und, ähm, jetzt mit Waschin hat er natürlich einen etwas größeren Procken. Waschin natürlich ein bisschen erfahrener als Miracle, wobei ich das jetzt auch nicht unbedingt weiß. Aber Waschin auf jeden Fall, ähm, bekannter und auch etwas besser als Miracle und, ähm, natürlich ein alter Hund. Und, ähm, Haiver werden wir sehen, wie sich dieser Spund gegen, äh, Waschin schlagen wird. Ich glaube, die Quartik hat jetzt gar keinen Sinn gemacht. Äh, gut. Hätte mich Sen. Danke Sen. Okay, ähm, wir fangen an. Wieder natürlich auf der ersten Karte. Heilige. Heilige Welt. Äh, wir sehen rechts oben, äh, Haiver als grüner Zwerg. Und rechts unten ist offensichtlich Waschin als, äh, gelber Terraner. Das ist doch gelb, oder? Orange. Wie auch immer. Das ist Orange. Gut, Orange, der, Orange, der war noch. Ähm. Die Farbe der Ruhe. Ähm. Du musst nur eigentlich Orange schon eine sehr beruhigende Farbe sein. Deshalb waren in unserer alten Schule alle Räume Orange gestrichen. Okay. Ich denk bei, äh, beruhigend immer mehr so an, ich denk bei beruhigend immer mehr so an Blau, aber, gut, äh, ja, Orange bestimmt auch. Ähm. Ähm. Okay. Äh, wir sehen auf jeden Fall keinen voller Feistpult von Haiver. Das ist sehr beruhigend. Fast noch beruhigender als die Orange-Schnappel. Ähm. Der Overlord voll in der falschen Richtung. Und was sehen wir jetzt? Uuuuh. Ja. Gut. Gut, dass wir uns das auch mal gezeigt haben. Und, äh, ja, Kaserne und Supply Depot von Fuashin. Wie wir es nicht alles erwarten. Warte mal. Und, äh, Gas. Gut. Äh, Supply Depot war aber schon da, oder? Äh, bestimmt. Bestimmt. Ich hab's jetzt nicht gesehen, aber, ähm, das muss uns heißen. Ich glaube nicht, dass er erst Gas und Kaserne bauen würde. Das wäre dann doch ein bisschen sehr riskant. Hm. Andererseits, Washington wird's schon wissen. Er ist ein guter Spieler. Er produziert keine SUVs. Dann hat er wohl keins. Er produziert keine SUVs. Was zur Hölle? Er würde einen SUV-Rush machen. Oh mein Gott. Äh, wir sehen auf jeden Fall Spawning Pool für Haiver, der natürlich von all dem nicht ahnt. Oh nein, nein, eine Proxy-Fabrik mitten auf der Karte. Und er weiß noch nicht mal, wo Haiver ist. Das nenn ich mal Mutig. Haiver ist überhaupt drauf vorbereitet. Das nenn ich Mutig. Und da ist jetzt auch der erste Supply Depot und jetzt werden auch SUVs weiter produziert. Wow. Ähm. Bitter. Wow. Wie ich ihm schon sagen wollte, Haiver ist natürlich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Er wird zwar seine sechs Zerklinge jetzt raushauen, oder das sieht mir noch hier aus, aber er wird sicherlich sechs schicken. Ähm. Er hat ja seine zweite Basis gegründet. Das heißt, er hat 300 Mineralien investiert, die er nicht in die Verteidigung stecken kann. Selbst wenn er jetzt diese Fabrik sichten sollte. Es sind nur vier Zerklinge. Man bemerke auch, dass Adlergegner langsame Zerklinge relativ effektiv sind. Und ähm. Oh Gott, die rennen an der Fabrik vorbei. Okay. Gut. Haiver hat keine Ahnung. Wir sehen auch schon die dritte Hatchery. Das heißt, noch mehr Mineralien, die er voll verpulvert. Und die er eigentlich jetzt für die Verzeihung brauchen könnte. Okay, da ist ein Zerkling und er sieht die Fabrik. Ähm. Und jetzt sollte er eigentlich alle zusammenziehen. Und da ist auch der Adler. Und jetzt schon hoffen wir... Ähm. Was heißt hoffen wir? Äh. Oh mein Gott. Da spricht schon der Zerkhauser wieder in mir. Äh. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie vorstehen, dass man Adlen anstellt. Weil die könnten es da schon eignen und feicht dann natürlich, um schon ein ziemliches Chaos anzustellen. Wie gesagt, gegen langsame Zerklinge sehr effizient. Und dann natürlich perfekt, um zum Beispiel hinter der Mineralienlinie dann einfach Drones abzuschalten. Da kommt auch schon der zweite Adler und mit einer SUV-Unterstützung in der Main von Haiva. Und Haiva ist natürlich wahrscheinlich in Panik. Ähm. Mit sowas hätte er aber nie gerechnet. Und ähm. Sieht eigentlich ganz beruhigt aus, der Typ. Aber das kann man natürlich täuschen. Äh. Natürlich schnell die Sunkens rein. Die sind natürlich noch am effektivsten gegen. Äh. Ähm. Adler ist eine sehr gute Idee von Haiva. Und äh. Schauen wir mal, ob es allerdings ihm was nützt. Er kann die Mineralienlinie da oben nicht abernten. Weil da schießt die Sunken nicht mehr hin, wenn der Adler auf die. Ah, wir sehen's. Derweil bereitet Fraschen auch schon den Magic Marine. Äh. 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 Oh mein Gott, die Drohnen. Die Drohnen. Ja. Und damit werden auch die Minen in der Main ausgeschaltet. Das ist sehr schön. Ähm. Ja. Dabei, was ich sagen wollte, bereitet Fraschen auch schon den normalen Magic Marine. Ähm. Ja. Ich bin damit immer noch mal mit den Magic Marines eben vor. Und äh. Haiva. Minen jetzt gerade nur in der Natural. Das ist natürlich herrlich. Oh man. Keine Minen in der Drohnen in der Main, die sie schon hat. Äh. Gut. Die Sunken sehen ja, hätte er doch ein bisschen besser platzieren können. Nämlich genau neben die Hedge-V. Also auf der Seite der Mineralien. Ähm. Okay. Jetzt natürlich. Die Hydraulisten sind natürlich der natürliche Feind der Walchers. Deshalb hat Haiva dann natürlich die richtige Wahl getroffen. Natürlich. Auf jeden Fall. Allerdings wird es wahrscheinlich bestimmt recht sein, wenn er dann eben gleich mit den Text-Ridge ansetzt und dann Haiva einfach so überrennt. Äh. Schauen wir mal. Haha. Eine andere starken Drohne kann noch fliehen. Und da ist der Walchert tot. Okay. Und wir sehen auch leer. Und ähm. Haiva natürlich jetzt auch wahrscheinlich mit dem Gedanken. Okay. Wenn er jetzt noch irgendwie einen schnellen Spyro hinkriegt. Wäre es natürlich interessant. Äh. Ähm. Wenn die Fabrik fliegt. Ähm. Ich glaube also. Was Haiva jetzt machen sollte wäre. Ähm. Er muss jetzt. Sollte jetzt auf jeden Fall auf Lurker gehen. Das ist die einzig sinnvolle Alternative. Weil er hat schon eine Menge Hydraulisten draußen. Er hat den Hydraulistenbau schon. Ähm. Jetzt schnell eben den Lurkeraspekt zu erforschen dürfte sehr viel schneller gehen. Das ist lustig hier wie der Overlord der Fabrik hinterher fliegt. So ungefähr. Der muss wissen wo die Fabrik ist. Weil am Ende landet die halt hinter der Main noch. Und ähm. Ähm. Die. Oh nein. Hydraulisten laufen voll in der Magic Marine Gruppe. Und. Autsch. Au. Au. Ja. Schmerzhaft. Okay. Das waren drei völlig unnötig verlorne Hydraulisten. Und natürlich jetzt auch mehrere Sankens im Bau in der Natural von Haiva. Eine sehr gute Entscheidung. Ähm. War schon wildes Spiel offensichtlich relativ schnell beenden. Und äh. Ich hab keine Ahnung wo er mit der Fabrik hin will. Aber es ist ja lustig. Ähm. Ähm. Vielleicht will er den Overlord beschäftigen damit er nichts anderes angreift. Bitte? Er will den Overlord beschäftigen damit er nichts anderes angreift. Natürlich. Damit der Overlord nicht angreift. Ich fand übrigens sehr lustig dass diese Fabrik schneller war als der Overlord. Dass er es schon hat oder? Oh. Starboard. Ja. Starboard. Starboard. Nein er will. Oh. Natürlich. War schon durchdrücken durch die Mineralien. Ja. Oh mein Gott. Er hat es geschafft. Aber ein Hydraulist ist auch schon. Nein. Warte er hat es nicht geschafft. Oder er hat's. Oder hat ihn wieder zurück. Ja. Das ist natürlich auch ein Vorteil der Terranischen Gebäude. Mit dem Fliegen und Absetzen können sie auch wie wir gerade sehen. Einheiten tatsächlich auch hinter meiner Radien drücken wie es sonst mit. Ja. Pylonen oder was auch immer geht. Und da auch an dem Hydraulist vorbei. ähm. Ja. Sehr, sehr schöne Spiele von Huashin. Das gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Äh. Und dabei noch zwei weitere Sunkens in der. Wow. Äh. Das sind jetzt sechs Sunkens. Das sind auch eine ganze Menge mehr Radien. Das sind auch eine ganze Menge mehr Radien. Und nein. Keine einzige Sunken in der Reichweite für den Adler hinter der Mineralien. Ha, 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 ha. Hey, es muss erwarten, dass der. Sehr schön. Das ist bitter. Ähm. Für Haiva könnte es fast nicht schlechter laufen. Äh. Washin fühlt sich jetzt bestimmt gut. Und äh. Ich bin gespannt, ob er jetzt mit Wave noch gleich ankommt. Oder äh. Also man muss sagen. Haiva hat echt Glück, dass es kein, dass Minen noch nicht erforscht sind. Weil sonst wer am A. Oh. Das wäre super, ja. Jetzt auch mit dem Drop in die Main. Sehr schön. Vorbei an den Sunkens. Oh. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm. Das gefällt mir. Und jetzt mit der, mit der Fabrik über die Natural. Ja, ich glaube Haiva, für Haiva ist das Spiel schon so gut wie zu Ende. Äh. Es ist zu Ende. Ich meine, wenn er jetzt noch sein Gas verliert, dann kann er gar nichts mehr machen. Ja, das Gas in der Main ist tot. Ja, die ganze, die ganze Verteidigung ist in der Match, weil die Main ist fast nicht verteidigt. Eine einzige Sunken da drin. Selbst wenn er jetzt die Main nicht verliert, bei so vielen Einheiten muss es zwangsweise genug kaputt gehen. Äh. Die Mutter ist eigentlich. Auch die Mutterlisten reißen, da ist nicht mehr viel raus. Die Zanken ist jetzt auch weg. Oh Gott. Und jetzt geht's auf die Drohnen. Und oooooh. Massaker. Autsch. Ja. Au. Das hat echt weh getan. Du zu sehen. Ja. Und jetzt geht auch der Hydralisten im Bauch. Und die Fabrik schwebt immer noch über den Natural. Ähm. Ja, damit weiß Vafi natürlich genau was Halber macht, wobei Halber auch nicht viel machen kann. Ähm. Science Facility ist droben. Also, ja, das kann Halber vergessen. Das wird nichts mehr. Science Facility ist tatsächlich auch schon draußen. Ja. Was war's denn wohl? Er kann jetzt produzieren, was er noch möchte. Battle Cruiser. Was auch tun wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sparning Pool und die Main vollkommen im Eimer. Ja. Fabrik landet, als er sich neben der Natural produziert, bestimmt noch ein Valscher da draus. Hahaha. Natürlich. Wie geil. Er hat zwei Spiele an Miracle und bleibt natürlich viel zu lange im Spiel. Richtig. Oh. Oh, der Valscher ist tot. Schade. Und die Fabrik geht jetzt runter allerdings. Gut. Es war schon derweil. Es war schon derweil. Endlich mit seiner Natural allerdings. Ja. Es kann sich das natürlich leisten. Er hat natürlich keinen Eingriff zu befürchten. Und wie du schon gesagt hast. Waschen könnte jetzt alles machen. Es ist vollkommen egal. Ähm. Ja. Und auch die Mutalisten. Wie es schon gesagt. Werden nichts weiter reisen. Und oh. Sehr schön. Oh. Sogar zwei Evadiate sofort in die Mutalistengruppe. Das ist sexy. Das ist. Oh. Trommhaft. Und das ist cheeky. Okay. Ich muss sagen. Das war bisher auf jeden Fall das schönste Spiel. Schöner noch als alle drei, die wir davor gesehen haben. Wow. Das war echt super. Ich fand es ein bisschen unfair. Also man hat deutlich gesehen, dass Waschen einige Klassen besser ist als Hyber. Ja. Und ich fürchte, dass auch das zweite Spiel jetzt einfach daraus bestehen wird, dass Waschen oder irgendein übles Spiel mit ihm treibt. Okay. Aber wie soll ich sagen. Es tut halt auch mal gut zu sehen. Naja. So ein bisschen so. Okay. Wie spiele ich Star Qua. Flexion 1. Äh. Gut. Ähm. Okay. Wir schauen uns jetzt den zweiten Satz an. Schauen wir mal ob Hyber zu kommen. Bis gleich. Gigi. Tschau. Gigi. 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 Giang. Gigi. Suck. Tee. in der Runde in der letzten 36 der OSL in der Gruppe E Afashin haben wir jetzt im ersten Satz ziemlich dominant gesehen Haiva kaum mit einer Chance und schauen wir mal ob Haiva das in dieser Runde besser machen kann jetzt im zweiten Satz auf der Karte Outsider natürlich wie wir jetzt immerhin in den zweiten Sätzen haben auf der nein das sage ich jetzt nicht, wir wissen schon was für eine Karte ist wir sehen auf der rechten Seite Vorschein jetzt natürlich ziemlich selbstbewusst und ist wohl ziemlich sicher dass er dieses Spiel gewinnen kann und ja leider werden wir sehen ob er diesen Druck stand hält, der ist auf ihm lasse Senna was denkst du was passieren wird Ich denke das was ich vorhin gesagt habe, Vorschein würde ihn auseinandernehmen Haiva hatte vorhin kaum eine Chance, er wird doch jetzt kaum eine Chance haben es sei denn er versucht irgendwie zu cheesen und es gelingt ihm ähm ich würde echt ganz froh, dass Haiva gegen Miracle gewonnen hat, weil sonst hätten wir jetzt ein TVT das bedeutet beide Spiele würden so zwischen 25 und 30 Minuten dauern und es wäre trotzdem klar, dass Washington gewinnt so bin ich gut für Dinge, dass wir noch ein bisschen unterhalten werden hier weil Haiva wird nicht so schnell aufgeben, wir haben es ja letztes, also vorhin auch schon gesehen und wenn er noch eine Basis hat irgendwo, er wird weiterspielen Ok, also so gewinnt Washington zwar auch, allerdings dauert es nicht so lange das ist eine sehr sehr gute Einschätzung, Sen wir sehen Washington auf der linken Seite der Karte in grün und Haiva rechts unten als roter Zerg und diese Washington Figuren, die gezeichneten, die sehen irgendwie so aus wie, wie Light findest du nicht auch? von Death Note da, schon wieder stimmt ja, schon, hat was drive your energy toll, da haben sie den Slogan von Bakus gleich übernommen ähm die mögen wohl die Bakus OSL nämlich an und vielleicht sogar auch die Getränke das ist natürlich sehr schön äh Haiva traut sich auf jeden Fall schon mal nicht irgendeinen Cheese zu machen, wie wir sehen der Overlord allerdings jetzt auch in der falschen Richtung wird also äh, Washington relativ spät entdecken und wenn wir jetzt gleich auf Washington's Basis gehen, komm schon, zeig uns Washington äh Washington, zeig uns ja, äh wie passt das meine ich gut da im Moment auch nichts los ok, Kaserne gut äh warte mal wieder kein Supply Depot oder hä? ja, ok äh, Haiva auf jeden Fall jetzt mit Gas und Pool wie man es von einem vernünftigen Erzsack erwarten würde äh allerdings ein später Pool, ne? ja also halt was war's 11, 12, irgendwie ja, genau gut mh und oooohh oooohh oohh'... Doppelte Kaserne von derne das sieht nach einem r diseases найm kugelreich ähm aus oh ja, das wird, äh, das könnte jetzt sehr kurz werden und wir werden sicherlich auch viele nette Chicks sehen, die den Soldaten hinterherlaufen Wow! Der SUV ist schon in der richtigen Richtung Insofern wird Washington jetzt ziemlich zielstrebig schon unterwegs sein gleich und ja Haiva war relativ normal jetzt auch mit leer und denkt jetzt, dass es ein Standardspiel wird und wird jetzt bestimmt gleich böse überrascht Oh ja Ja, Filme Wien schon draußen und mal sehen, ob Haiva jetzt gleich beim Anblick der Filme Wien schon irgendwas ahnen wird 4 Marines so schnell und vielleicht nicht unbedingt normal jetzt sind es noch zwei zusätzlich Sieht schon aus, als würde die Krieg noch vom Rahmen normal möglichen Da ist jetzt auch die Akademie für die Madics und vor allem fehlt auch gar keine Zeit geht sofort los mit den Marines und die Zeiglinge dementsprechend nach Hause unterwegs da ist doch die erste Sanken, okay Haiva hat also doch schon kapiert durch die 4 Marines Moment das sind ein paar viele Marines das geht nicht mit rechtem Ding zu baue ich einfach mal jede Menge Sunkens beziehungsweise verteidige ich mich erstmal Die Marines warten jetzt wahrscheinlich doch erst auf die Madics bevor sie richtig losgehen derweil derweil Haiva ja weiter mit den Zeiglingen rumtänzelnd allerdings kommt er natürlich an den Marines nicht vorbei und eine Sanken ist fertig und wie sie uns gerade darauf hingewiesen haben keine Drohnen in den Net ich will allerdings alles jetzt nicht so viel zu bedeuten nehme ich mal an der Spyder ist natürlich unterwegs und puh das könnte interessant werden ja der Punkt ist halt das Haiva aber und stattdessen lieber irgendwie Zeiglinge haben wollte aber das ja gut das ging schnell und ähm genau GG das ähm Spyder rettet ihn jetzt auch nicht mehr die Naturalisade er spielt schon gar nicht mehr nicht nur GG eingetippt das ist auch guter für ihn wow aber er muss einfach anerkennen dass Washing deutlich besser ist als er ja das war's ok Haiva der Versuch wie soll ich sagen er versucht aber nicht an Washing vorbeigekommen wir sehen als er aus dem zweiten Sieg bisher weiterkommen nämlich Washing der zweite Terranos Sieg weitergekommen ist auch gleichzeitig interessant und ähm gut dann sehen wir uns gleich in der nächsten Gruppe wieder wir machen natürlich gleich weiter mit der Gruppe F und ähm bis gleich macht's gut ja